Hallo meine Lieben, innere Unruhe besiegen! Wir sind oft wie so ein Zappelfilipp in uns, nicht in unserer Mitte, in unserer Harmonie. Und ich gebe dir jetzt hier auch hier wieder im Werkzeug an die Hand, damit du deine innere Unruhe, wenn du welche hast, wenn sie mal kommt, sehr schnell besiegen, hört sich dumm an. Und man kann noch ein anderes Wort, such dir ein Wort dafür aus, was dir gut tut. Harmonisieren, die innere Unruhe in Gleichgewicht bringen. Ich zeig das mal, wie ich es gemacht habe, immer wieder mal in der Vergangenheit. Und zwar, du atmest zwei, drei Mal in den Bauch hinein. Wenn du merkst, kommt die Unruhe nach oben. Zwei, drei Mal in den Bauch hineinatmen. Und dann sammelst du von außen die Energie. So kann man sich das vorstellen, Aura-Bereich, Energie fällt. Du sammelst das hier und machst diese Bewegung. Ja, einfach hier zusammenführen. Deine Chakren harmonieren sich zum Teil sehr schnell, schneller als normal. Ja, weil du alles hier in Gleichgewicht bringst. Dann, als zweites, sammelst du die Energie und speicherst Gelassenheit in deinem Sonnengeflecht ab, deinem Zentrum. Dann legst du deine Hände auf deinen Bauch, atmest in den Bauch hinein und beobachtest deine Atmung und gehst mit deiner ganzen Aufmerksamkeit, in kompletter Entspannung, dorthin. Das ist nun deine Welt. Alles andere interessiert dich nicht mehr, löst sich auf. Das ist deine eigene Welt. Du bist dann mit deiner ganzen Aufmerksamkeit und komplett entspannt bei deiner Atmung. Oft sind die einfachsten Sachen die wirkungsvollsten. Auch hier gefühlte drei Minuten. Nach gefühlten drei Minuten. Ja, auch nochmal Restenergie wegklopfen oder einfach weg tupfen, sage ich jetzt einmal. Wenn du deine Hände gewaschen hättest, ja, und kein Handtuch hättest, ja, hier ein paar Wassertropfen. Also bedeutet nochmals, zuerst atme ich zwei, drei Mal ein und aus, ganz entspannt. Dann sammle ich die Energie, ja, und harmonisiere sie hier in meiner Mitte, ja, dass eine Harmonie entsteht. Auf deine eigene, manche machen es auch so, ist auch in Ordnung, wie es sich für dich gut anfühlt. Ja, ich habe es so gelernt, aber ich habe es auch schon so gemacht, was für dich angenehm ist. Und dann speierst du alles hier ab, was für dich gut ist, was dich in Harmonie bringt. Und dann bleibst du in dieser Haltung mit einem leichten inneren und äußeren Lächeln. Deine ganze Aufmerksamkeit ist hier drin. Deine eigene Welt, der Atem, der kosmische Atem, die Urinformation, alles ist hier drin. So harmonierst du deine innere Unruhe und du wirst sehen, wie du innerhalb von Minuten in eine Gelassenheit kommst, in eine Ruhe, in eine Entspannung. Und dieser Stress, dieser Druck löst dich meistens innerhalb von Minuten auf. Nach gut gefühlten drei Minuten sich bedanken, bei der Schöpfung, dem Vater im Himmel, bei deinen Engeln, an das, was du glaubst. Du kannst dich aber auch bei dir selber bedanken. Und dann ... So, das war's. Ja, kleine Ursache, große Wirkung. Es muss nicht immer groß und kompliziert sein. Oft ist weniger mehr. Genauso auch hier. Ich wünsch dir viel Erfolg, viel Gelassenheit. Immer wenn deine Unruhe kommt, kurz auf die Seite, das tun und du musst sehen, was sich da bewegt. Und zwar gar nichts mehr. Weil du einfach in deiner Ruhe bist, in deiner Harmonie. Alles Liebe dir und wenn es dir, wie schon gesagt, gefällt, kannst du ruhig einen Daumen hier nach oben. Und wenn du mehrere Videos haben möchtest, einfach abonniere den Kanal. Denn jetzt alle paar Tage oder einmal die Woche kommt ein neues Werkzeug raus, damit du sofort ins Tun kommen kannst. Alles Liebe, dein Roberto. Adios. Durch denриeraht mit eigenen Jung-Klenz thinking Na drugs-Klenz Напрoketion Nou Schuss